Ja, ich bin Susanne Schulz, bin Bildungsreferentin und Geschäftsführerin in der Heinrich-Bäu-Stiftung in Mecklenburg-Vorpommern und komme aus Rostock. Ich glaube, dass durchaus mehr Positives nach vorne gestellt werden könnte. Also es gibt eine, also natürlich vor allem spreche ich jetzt auch wirklich ein bisschen für Rostock, da gibt es eine junge kreative Szene und ich glaube auch, dass es durchaus junge Menschen gibt, die an Politik interessiert sind und nicht nur junge Menschen, die an Politik interessiert sind. Und gerade für Rostock kann man zum Beispiel auch sagen, dass sozusagen nach 1992 wirklich eine erstarkte Zivilgesellschaft da ist. Und das heißt nicht, dass es nicht genug Probleme gibt, aber mir ist es schon wichtig, das Positive durchaus auch nochmal hervorzuheben. Wir machen natürlich vor allem politische Bildungsarbeit und versuchen Leute, also Menschen an politischen Diskussionen teilhaben zu lassen, einfach, dass man miteinander ins Gespräch kommt und wir machen jetzt aktuell, versuchen wir gerade ein neues Format sozusagen, probieren das erstmal aus, wo es wirklich darum geht, Menschen auch zuzuhören, also was ihre Umbruchserfahrung 30 Jahre nach 1989 betrifft. Und da ist es wirklich sozusagen dieses Motiv, wir wollen zuhören, wir wollen wissen, welche Erfahrungen sie gemacht haben und welche Erfahrungen eben die Menschen auch geprägt haben. Oder es glaube ich, dass wir bei allem Positiven, was ich vorhin gesagt habe, dass man natürlich auch das, wo es wirklich eine Schieflage gibt in der Gesellschaft, dass wir das auch benennen, dass wir das ansprechen, dass wir klar sagen, wo gibt es Menschen verachtende Tendenzen, wo es die Menschenwürde nicht gewahrt. Das glaube ich ist unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, Initiativen zu unterstützen, die sich sozusagen für ein Miteinander, für Offenheit und Toleranz einsetzen. Das sind glaube ich so die großen Herausforderungen, das auch immer wieder deutlich zu machen, worum es eigentlich geht und wie die Gesellschaft zusammengehalten werden kann. Und dann vielleicht, was mir persönlich glaube ich noch ganz wichtig ist und was ich mir glaube ich auch immer mal wieder sagen muss, dass wir manchmal aus unserem, doch, unserem Milieu, aus unseren grünen Lebenswelten, manchmal Blasen, doch öfter mal heraustreten sollten. Vielen Dank.